Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. In meinem heutigen Video geht es um das Bitcoin-Halfing oder auch Halfening, wie es in der Kryptowelt genannt wird, was das überhaupt ist und ob das eine Preisauswirkung hat auf den Bitcoin. Viel Spaß beim Video. Ja, dieses Thema Halfening immer wieder hochgekocht. Es gibt verschiedenste Theorien, ob das nächste Halfening wieder für einen Kursausbruch sorgen wird, wie die letzten Halfenings da schon getan haben, oder ob der Kurs eben nicht nach oben hin ausbricht. Und wenn er ausbricht, wie hoch das Ganze passiert. Und wir gucken uns natürlich heute einmal kurz so den historischen Chart an und was da so kommen kann. Aber auch, ja, wollen wir mal schauen, wie das Halfening überhaupt vonstatten geht, was da passiert und was für Gründe es überhaupt dafür geben kann, dass der Kurs hoch oder eben runter geht. Also als allererstes, das Halfening ist eigentlich nur eine Halbierung des Block-Rewards. Mit jedem Block, den wir bei Bitcoin finden, bekommen die Miner derzeit 12,5 Bitcoin, die eben aufgeteilt werden auf alle Miner, je nachdem wie viel Rechenleistung sie in den Pool gegeben haben, der diesen Block gefunden hat. Also wenn jetzt, sag ich mal, 100.000 Leute an einem Pool mitgearbeitet haben, Rechenleistung zur Verfügung gestellt haben und meine Rechenleistung, ja, 1% von diesem Pool ausgemacht hätte, dann würde ich eben 1% vom Block-Reward bekommen, also 1% von den 12,5 Bitcoin. Und das heißt, ich muss in irgendeiner Form von diesem 1%, den ich alle 10 Minuten bekomme, die Rechenleistung bezahlen. Ich muss meine Hardware bezahlen, vielleicht, ja, die Miete, wo die Hardware steht, die Stromkosten, alles, was da so anfällt. Und das Ganze muss ich ja in irgendeiner Form rechnen. Das heißt, die Leute sagen, okay, normalerweise, wenn jetzt ein Halfway kommt und der Block-Reward halbiert wird, dann muss ich natürlich jetzt mit der Hälfte auskommen. Das heißt, meine 1% sind nicht mehr von 12,5 Bitcoin, sondern nur von 6,25 Bitcoin. Und das würde bedeuten, dass natürlich der Kurs in irgendeiner Form steigt. So, was passiert denn überhaupt beim Halving und wie ist das überhaupt definiert, dass das Halving alle vier Jahre passiert und überhaupt vonstatten geht? Und das ist im Quellcode oder ich sag mal in dem Protokoll von Bitcoin verankert. Und zwar ist es so, dass alle 210.000 Blöcke der Block-Reward halbiert wird. Und wir wissen es, ich zeige es euch hier auch einmal anhand eines Taschenrechners. Wir haben beim Bitcoin eben 10 Minuten Blöcke, also alle 10 Minuten in etwa kommt ein Block dazu. Das variiert immer ein bisschen, aber durch die angepasste Difficulty kann das zwar mal schwanken, dann braucht man einen Block eine Stunde, manchmal braucht man einen Block auch nur ein paar Minuten. Aber im Durchschnitt brauchen die Blöcke 10 Minuten. Also alle 10 Minuten ein neuer Block. Das heißt, wir haben erstmal 210.000 Blöcke, die ich ja gerade genannt habe, die zwischen den Halvings liegen und diese mal 10 Minuten. Ist ja logisch. So, die teilen wir jetzt durch 60, um auf Stunden zu kommen. Und die wiederum teilen wir durch 24, um auf Tage zu kommen. Und die wiederum teilen wir durch 365, um auf Jahre zu kommen. Und da sehen wir 3,9954 Jahre in etwa dauert es, bis wir das nächste Halving haben. Ja, und jetzt haben wir eben genau diesen Punkt, der nämlich nächstes Jahr kommt. Und zwar in etwa 163 Tagen sind das, glaube ich, jetzt noch. Also es ist am 15. Mai nächsten Jahres, wo das nächste Halving passiert. Und die Leute denken natürlich, dass dann der Kurs auch wieder ausbricht, so wie es, ja, historisch auch immer war. Und wir können uns das hier mal anschauen. Ich habe jetzt einfach irgendeinen Trading View Long Term Chart genommen, den mal irgendwer gemacht hat. Und da sehen wir ganz gut, hier hinten hatten wir hier das erste Halving, ja. Und wir sehen, der Kurs ist hier hochgegangen, hat hier diese Wellenbewegung geworfen. Und, ja, ist dann nach dem Halving eben nach oben ausgebrochen, zweimal. Dann wieder runtergebrochen, ungefähr bis zum nächsten Halving. Und dann ging es wieder hoch. Und, ja, das ist jetzt ungefähr, also ich würde mal sagen so, ja, hier ist so die Situation, wo wir das nächste Halving haben. Und wo dann eben die Theorie genauso weitergesponnen wird. Was wir hier schon mal sehen können, ist, dass auch, ja, diese Leute, die diese Charts machen, häufig nicht mehr damit rechnen, dass die Ausbrüche so gewaltig werden wie in der Vergangenheit. Ja, also wenn man hier sich solche Sprünge anguckt, sind die natürlich gewaltig. Mittlerweile, dadurch, dass der Markt mit mehr Geld gefüllt ist, werden diese Sprünge wahrscheinlich nicht mehr so groß sein. Aber wir sehen es dennoch, das letzte Halving hatte, hatten wir ja dann die Bullrun-Phase im, ja, in 2017, etwa bis 17.000, 20.000 Dollar. Und das sehen wir auch hier. Und die nächste würde dementsprechend laut seiner Prognose hier auf etwa 100, 110.000 Dollar gehen. Und das Halving danach würde wiederum einen Ausstark bis 250.000 bringen. Ganz wichtig, also, ähm, dieser Chart ist so angeordnet, also logarithmisch, dass er eben nicht, ähm, gleichmäßig den Preis hier nach oben spiegelt, sondern eben, äh, die Zeitachse eher zeigt, ja, so dass wir eben sehen können, okay, von bis, und hier oben sind die Preisabstände immer geringer, deswegen sieht das auch nicht so hoch aus, aber wir haben trotzdem diese Ausschläge und sehen aber auch, wir hätten hier eine etwa Verdoppelung, vielleicht ein bisschen mehr, haben aber von hier, von 955 bis 20.000, ja, eben, äh, fast eine Verzwanzigfachung gehabt, ja, also wir haben eine Verzwanzigfachung etwa gehabt, also eine Verzwanzigfachung werden wir wahrscheinlich nicht wieder haben, ne, das ist das, was ich nur sagen möchte und was, äh, auch dieser Chart eigentlich darstellt. Interessant ist natürlich an dieser Stelle, dass wir hier, als das Ganze gestartet ist, natürlich noch gar kein Halvening hatten, dann das Ganze hochgegangen ist, bevor dem Halvening auch runtergegangen ist, auch ohne, dass es vorher eins gegeben hat. Okay, das kann man jetzt mal so wertend dahin nehmen, muss man jetzt nicht drauf eingehen. Viel wichtiger ist aber die Frage, was passiert denn überhaupt mit dem Bitcoin-Preis? Also viele sagen zum Beispiel, okay, wenn der Bitcoin-Preis zu weit einstürzt, könnte auch die Rechenleistung aus dem Netzwerk verschwinden und das könnte ein Problem sein, denn wenn wir keine Rechenleistung im Netzwerk mehr haben, haben wir kein Vertrauen, der Bitcoin ist nicht mehr so sicher, weil er leichter für Angriffe, ähm, ja, also man könnte ihn leichter angreifen, weil er weniger Rechenleistung braucht, um zum Beispiel eine 51%-Attacke zu machen. Davor braucht ihr eigentlich gar keine Angst zu haben, denn sobald der Preis fällt und auch die Mining-Power fällt, ähm, heißt das ja nichts anderes außer, dass Teilnehmer aus dem Netzwerk verschwinden. Das heißt, es müssen sich danach wieder weniger Teilnehmer den Block-Reward teilen, es ist also wieder profitabler und Miner kommen wieder rein. Also das wird sich irgendwo einpendeln und dementsprechend ist das erstmal in meinen Augen gar keine Gefahr und der Bitcoin an sich könnte auch mit 20 Geräten betrieben werden. Also da wird sich die Difficulty an die Rechenleistung dieser 20 Geräte eben anpassen und von der Technik her wird es weiter funktionieren. Das Einzige, was uns bei Rechenleistung, wenn sie verloren geht, auch verloren geht, ist eben rein theoretisch ein Sicherheitsaspekt, weil weniger Rechenleistung auch dafür sorgt, dass man weniger Rechenleistung braucht, um wiederum das Netzwerk anzugreifen. Aber mittlerweile ist der Bitcoin so gestärkt, dass ich da kaum Bedenken habe, dass das passieren könnte. Wir haben aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt, der in das Harvening reinspielt und das ist der Bitcoin-Preis. Nehmen wir mal die aktuellen 7.200, sagen wir mal 7.300 Dollar, dann können wir einfacher rechnen und nehmen wir mal den Block-Reward. Das heißt, wir haben jetzt 7.300 Dollar pro Bitcoin und haben in einem Block 12,5 Bitcoin derzeit. Das multiplizieren wir jetzt und das ist unsere derzeitige Inflation, die wir eigentlich in die Bitcoin-Welt bringen müssen, um sicherzustellen, dass der Preis nicht fällt. Also rein theoretisch werden ja alle 10 Minuten 12,5 neue Bitcoin erschaffen in einem derzeitigen Gegenwert von 91.250 Dollar. Das heißt, wir müssen alle 10 Minuten mindestens diesen Wert an frischem Geld in den Markt bekommen, weil sonst der Kurs fällt. Versteht ihr? Weil die Menge sich ja erhöht. Und die Miner haben natürlich Anreiz, ihre Bitcoin abzustoßen und nicht zu hodeln, weil sie müssen Strom kosten, sie müssen Miete und so weiter und eventuell neue Hardware bezahlen, was ich vorhin schon sagte. Mitarbeiter vielleicht bezahlen, große Mining-Farms. Also die Miner haben Interesse, die Bitcoin direkt abzustoßen. Naja, und die abgestoßenen Bitcoin sind neue Bitcoin im Netzwerk und die müssen gekauft werden. Und wenn wir das jetzt mal hochspinnen, das sind jetzt 10 Minuten, Leute. Gehen wir mal hoch und multiplizieren das Ganze mal mit 6 auf 1 Stunde. Dann sind wir bei 1 Stunde schon bei 547.000 Dollar. Und das multiplizieren wir jetzt mal einen Tag, mal 24. Und dann haben wir 13,14 Millionen Dollar, die jeden Tag an frischem Geld in den Markt kommen müssen, damit der Kurs wertstabil bleibt derzeit. Das ist unsere aktuelle Bitcoin-Inflation, Leute. 13,14 Millionen Dollar. Jeden Tag müssen frisches Geld kommen. Ansonsten würde der Kurs in irgendeiner Form fallen. Und das einfach nur anhand von eben dieser Inflation, die wir derzeit noch beim Bitcoin haben. Um diese Situation so ein bisschen zu lösen, müsste man natürlich jetzt das Block-Reward halbieren. Ja, das machen wir. In der reinen Theorie könnte man jetzt hier einfach sagen, okay, das geteilt durch 2, ja super. Nur noch 6,5 Millionen ab nächstem Jahr brauchen wir an frischem Geld im Markt. Aber auch nur, um den aktuellen Kurs zu halten. Und genau hier liegt der Vorteil. Wenn natürlich der Bitcoin dann doppelt so teuer ist, brauchen wir wieder 13,14 Millionen Euro. Das ist logisch. Aber um den aktuellen Kurs zu halten, müssten wir nur noch ab nächstem Jahr 6,57 Millionen Euro pro Tag frisches Geld in dem Markt haben. Also nur noch die Hälfte, um den Kurs zu halten. Alles, was mehr in den Markt kommt, würde dann laut, ja ganz normalen Angebot-Nachfrage-Theorie, natürlich jetzt ganz ungeachtet von Manipulationen, die im Markt passiert oder sonst was. Also wirklich nur von Angebot-Nachfrage, Marktpsychologie oder Markt, eher gesagt, Statistiken, würde es bedeuten, dass alles, was täglich mehr als 6,57 Millionen Dollar in den Markt kommt, dafür sorgt, dass der Kurs steigt. Und das ist eben diese Annahme, die auch viele Trader dazu bewegt, zu sagen, okay, das Hafening wird langfristig einen Impact haben. Klar, wir haben erstmal eine Blockhalbierung, die wird wahrscheinlich gar keine so große Auswirkungen haben. Das sehen wir auch hier. Erstmal direkt nach dem Hafening war gar nicht so viel. Das ist erstmal über, ja wir sehen das hier, das war irgendwo Anfang November, 5. November so und dann haben wir, ja, Dezember, Januar und da fing es langsam an. So zweieinhalb Monate später, ja, hier zum Beispiel war der Abstand noch viel größer. Ja, hier hatten wir das Hafening hier in etwa, sagen wir mal, Juni, August, September, Oktober, November, Dezember, ja, hier ging es so langsam los, Februar, also Monate später. Das heißt, nicht direkt, sobald das Hafening da ist, ist der Impact da, aber langfristig wird die, ja, verringerte Inflation, die weniger neuen in den Markt kommenden Bitcoin natürlich dafür sorgen, dass irgendwo der Kurs steigen muss, weil einfach, ja, weniger neue reinkommen. Ja, und was wir natürlich hier in dieser ganzen Berechnung, die ich gerade gemacht habe, noch gar nicht drin hatten, ist zum Beispiel, dass viele Leute auch ihre Bitcoin verlieren. Also rein theoretisch reden wir nicht von 12,5 Bitcoin pro 10 Minuten. Wir müssen da irgendwie auch Werte von abziehen, weil, wie gesagt, Bitcoins ja auch verloren gehen, manche die auch hodeln und so, aber grundsätzlich können wir es trotzdem so sehen, dass es eigentlich, ja, in irgendeiner Form nach einem Hafening auf jeden Fall auch bedeutet, dass wir weniger Geld brauchen, um den Markt nach oben zu pumpen. Und das wiederum, ja, lässt die Leute natürlich auch in dieser Annahme, dass der Kurs steigt. Was dagegen sprechen könnte, dass der Kurs steigt, ist einfach, dass jetzt alle damit rechnen, dass das Hafening auch wieder genau dafür sorgt. Und da kommen wir zum Thema Marktpsychologie und Traderverhalten. Weil, wenn jetzt alle natürlich davon ausgehen, dass genau das hier passiert, und ihr könnt mal durch Trading View schauen, die Charts sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Ja, und wenn jetzt alle damit rechnen, dann wird wahrscheinlich das hier nicht mehr passieren. Ja, und das ist genau der nächste Punkt, weil die Leute werden dann wahrscheinlich vorher schon einkaufen, hier schon für einen kurzen Peak sorgen. Äh, hier meine ich, sorry, ja, hier vom Bild her, hier schon für einen Peak sorgen, da wir das Ganze runterbrechen. Und hier wollen sie es alle abstoßen, weil sie merken, die Theorie geht nicht auf und der Kurs rasselt nach unten. Das kann natürlich genauso passieren und das ist eben das große Problem. Also es gibt auf jeden Fall logische Gründe, die dafür sprechen, dass langfristig ein Hafening auf jeden Fall dafür sorgen muss, dass der Kurs hochgeht. Aber es gibt auch Gründe, vor allem eben Marktpsychologie, die einfach komplett dagegen sprechen und das ist das große Problem. Und da bin ich auch einer, der sagt, das Hafening selber sollte man vor allem, dass das jetzt ansteht, mit Vorsicht betrachten. Weil viele Leute da jetzt seit, ja, eigentlich 2017 oder eher gesagt 2018, wo die Kurse gefallen sind, darauf warten. In der Hoffnung, sie können bei 20.000 Dollar ihre Verluste, die sie jetzt derzeit im Portfolio haben, wieder ausgleichen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall einen enormen Druck, also ich glaube, bei 20.000 Dollar, diese Grenze wird enorm hart für uns, weil da viele, viele Leute einfach ihre Verluste raushaben wollen aus dem Markt. Ich glaube, viele, die seit 2017 durchhodeln, werden dort den Markt verlassen. Also das ist aber auch nur eine Theorie von mir, das muss natürlich nicht so kommen. Ja, das war es erstmal zum Hafening. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Anregungen oder sagt, hey, was erzählst du denn da für ein Blödsinn, dann schreibt es in die Kommentare, bleibt aber bitte nett dabei. Okay, und ansonsten, ich habe das schon angeteasert, ich habe ein zweites Interview mit Dominik Schiener und so viel kann ich schon sagen. Ich werde versuchen, das morgen für meine Blocktrainer VIPs schon bereitzustellen. Das Interview gab es noch nicht, das wird morgen erst gemacht. Also wenn es morgen stattfindet, dann werde ich das auch für meine VIPs morgen schon bereitstellen und für alle anderen dann am Mittwoch. Wenn ihr selber Blocktrainer VIP werden wollt, könnt ihr es einfach hier unten über Mitglied werden machen oder über den Link, den ich in den angepinnten Kommentar packe. Damit unterstützt ihr den Kanal und kriegt eben kleine Vorteile, dass ihr gewisse Sachen eben schon mal einen Tag eher seht, so wie jetzt auch dann dieses Interview. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute, und tschüss. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!